Was ist eine periodische Störung der Gliedmassenbewegung? Die periodische Bewegung der Gliedmassen, formal als Schlafmyoklonus oder nächtlicher Myoklonus bezeichnet, ist eine Art von Schlafstörung, bei der Arme und Beine während eines Schlafzyklus unwillkürlich zucken, sich verkrampfen oder zucken. Regelmäßige Bewegungsstörungen der Gliedmassen betreffen im Allgemeinen die Beine und Füße mehr als die Arme. Die häufigsten Bewegungen umfassen das Biegen der Zehen, Beine und Knöchel. Diese Bewegungen können während des Schlafens jede Minute wiederholt auftreten und sind rhythmischer und schwerer als das Zucken, das normalerweise beim Einschlafen einer Person auftritt. Der Zustand zeigt keine Symptome, während eine Person wach ist, und daher wissen Menschen, die an der Störung leiden, den Zustand oft nicht. Das Restless-Leak-Syndrom, eine Nervenerkrankung, die bei Bewegungsmangel der Gliedmassen unangenehme Empfindungen hervorruft, wird manchmal als Störung der Bewegungsstörung der Gliedmassen missverstanden. Eine periodische Bewegung der Gliedmassen ist jedoch die einzige Schlafstörung, die sich nur während des Schlafes bemerkbar macht und im Allgemeinen keine Indikatoren zeigt, während einer Person wach ist. Einige identifizierbare Symptome der Erkrankung, die eine Person möglicherweise erkennen kann, sind, wenn sie oft ohne Vorwarnung aufwachen, niemals in einen tiefen Schlaf fallen oder unter einer unerklärlichen Ermüdung leiden. Im Allgemeinen wird die Erkrankung von einem Bettpartner auf einen Arzt aufmerksam gemacht und mittels eines Schlaftests, einem sogenannten Overnight-Polysomnogramm, diagnostiziert, dass Gehirnwellen, chemische Signale und Bewegungen im Körper aufzeichnet, während ein Patient schläft. Es gibt keine nachgewiesene Ursache für eine periodische Störung der Gliedmassenbewegung, es gibt jedoch bestimmte Probleme, die zur Störung beitragen können. Alter kann ein Faktor sein, da Menschen über 60 in der Regel eher an der Krankheit leiden. Menschen mit neurologischen Erkrankungen, wie Parkinson oder Narcolepsy, können auch häufiger an einer Störung der Bewegungsstörung der Gliedmassen leiden. Ernährungsdefizite bei Eisen oder Vollsäure sowie einige Medikamente wie Antihistaminika, Antipsychotika und Antidepressiva können die Erkrankung verschlimmern. Patienten mit dieser Erkrankung wird auch geraten, koffeinhaltige Produkte wie Kaffee, Tee oder Schokolade zu meiden, da die chemischen Stimulantien im Koffein die Häufigkeit und Schwere der Erkrankung erhöhen können. Zwar gibt es keine Heilung für periodische Gliedmassenbewegungsstörungen, sie wird jedoch in der Regel mit den gleichen antikonvulsiven Medikamenten und Medikamenten gegen Schlaflosigkeit behandelt, die zur Behandlung der mit der Parkinson-Krankheit verbundenen Tremuren verwendet werden. In schwereren Fällen können Betäubungsmittel verschrieben werden. Diese Medikamente können die Symptome der Störung reduzieren, um sicherzustellen, dass die Schlafbewegungen nicht weiterhin störend wirken.